Der verrichtet nicht wieder. Ja! Nein! Ah! Mach, 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 mach! Das ist schon der Schreckliche. Ja. Wartest du mal sehen hier. Geht ab. So, meine Freunde. Ich bin nicht deine Freunde. Mach dir keine Illusion, Baby. Oh nein, da kommt ein Creeper. Fuck off. Der rastet gleich richtig aus. Warte mal. Vor allem, weil ich auch gerade Zander geschrieben habe. Vielleicht checkt er das auch gleich. Soll ich auch, oder weiß er dann, was los ist? Was sind wir schreiben? Wir schreiben immer wieder zwischen den Creepern. Nein, schreibt gar nichts, gar nichts, gar nichts schreiben. Wieso denn? Erklärt mir aber trotzdem. Pass auf jetzt. Einer steht nochmal dran. Das ist ernst meine. Oh nein, nein! Nein! Verpisst euch alle von mir! Alter, da ist eine Bitch mit Bart. Was ist das für ein Leben? Mit Bart. Eine Bitch mit Bart. Boah. Alter, diese Welt, ne? Wie beim Spawn, beste Leben. Oh Gott. Nein! Mann! Ich hab keinen Nerven mehr dafür. Was? Geht ab! Hallo, Freunde. Ja komm, Witch. Vergifte mich, Tundenreiter Schlampe. Tundenreiter Schlampe. Das ist geil. Ey, Nico. Boah, ihr sind überall Creeper. Nein! Ah! Ich bin ja in den Nether gelaufen. Das war ja meine einzige Flucht. Als ob. Ja, Mann. Ich musste nether laufen. Ich kam zum Reclam-Sport. Dieser Moment, wenn der nether einfach... Die Sicherheitsversorgung. Ja, muss man drauf klarkommen. Ja, mir hat er geantwortet, Nico. Jetzt gibt's Ärger gleich. Schreib, was ist Gamer's Time. Schreib mal, bist du ganze Zeit AFK oder was? Nein, nein, du darfst jetzt... Oh, Mann. Sind so behindert, ne? Die Kinder werden immer richtig kreuzigt. Schreib, ach so. Boah, was geht denn hier? Ach so. Ich kenn mich, ja? Ja, genau. Das ist richtig unnötig. Ich muss nicht so verarscht vorkommen. Poiv! Oh, wir schreiben gleich nochmal... Gleich schreibst du wieder Zander. Ne, schreib mich halt an. Alter, was geht denn hier? Ich glaub, JB hat gerade einen neuen Patch draufgelegt. Ich geh jetzt nach Hause und lesen Buch. Pssst. Jaja, verpiss dich einfach, du kackding. Nein! Das war nicht so gemeint. Fakt dich mal, ob der grad aufnimmt. Dann schreib's auch noch so. Wenn er sagt, nein, jetzt hast du ihn wieder. Oh! Ach, ist Wiese! Oh Gott! Was? Ja, das hast du den Holz. Oh, Malski, Alter. JustinTV! JustinTV! Wer ist Justin? So hieß Twitch vorher. Das gibt's doch noch immer, JustinTV. Der heißt ja auch so, der, ja, den Twitch gehört, der heißt Justin. Deswegen hieß das damals JustinTV. Also alt ist Rewi noch nicht. Ach, stimmt. Ich bin jetzt 17. Aber ich kann schon ficken, wen fiel, ehrlich gesagt. Ich schneide das nicht raus, ne? Ja. Da werden viele Anfragen kommen und dann wirst du sehen. Ja. Versprechungen machen? Ich wollte mal sagen, dass ich Mario Johanna reinge. Guck mal, wo streamst du? So eine richtig unnötige Frage. Twitch, Digga. Ihr seid einfach kacke, echt. Der Checker ist einfach nicht, ne? Oh, Mann. Nimmt grad noch bei uns irgendjemand auf? Das ist eine berechtigte Frage. Also außer mir? Nein, ich bin gerade die Streamer. Ah, ja. Aber ich hab noch keine, ich hab nicht gerne... Immer Omegle. Aber ich bin aber... Aber ich habe Non-Account wieder angesetzt. So, ich geh wieder die Rite fahren. Weißt du warum? Weil mich das nicht juckt. Ich guck grad seinen Streamen. Und, was sagt er? Er ist verwirrt. Was ist hier unten geschehen? Wer ist hier unten explodiert? Hier liegen voll viel Sachen. Wo? Ja, bei mir unterm Haus. Hab die alle aufgehoben. Ich. Also wenn's Schrott war, war ich das. Was heißt Schrott? Von Creeper? Stone-Schwert. Ja, und... Ja. Ja. Und ja. Willst du es wieder haben? Nee. Ich glaube ich... Du kriegst grad dein Creeper-Loch. Das... Weil du unverschämt unterwegs bist und das nicht geschlossen hast. Entschuldige. Teil dir diese niemals. Der Maul. Der ist echt so, Alter. Der Thunder sagt grade im Stream. Wir gucken wahrscheinlich grade alle zu und wollen den verarschen und so ne Scheiße. Der redet grade über dich. Über mich? Was sagt der denn? Keine Ahnung. Ich hab's nicht ganz verstanden. Oh, das ist voll gemein. Der muss lernen. Denkt auch zwei Wochen Thailand und dann kann der ungeschlossen davon kommen oder was? Ja. Petri, wie lang brauchst du noch? Was denn? Verkriegt. Ja, sag. Was ist los? Ja, wie lang brauchst du noch? Ich bin noch nicht los. Hast du noch nicht gefarben gehabt? Nein, ich hab mich in der Erde eingebaut und war auf Screen. Oh, Petri. Ich geh ja schon. Ein Momentchen. Was hast du überhaupt die ganze Zeit gemacht? Ich? Ja. Äh, ich hab mit meiner Schwester gerade Hausaufgaben gemacht. Also. Das ist ja löblich. Ja. Eigentlich hat Petrit, äh, also die Schwester mit Petrit Hausaufgaben gemacht. Und die ist erst sieben. Kann das nicht? Guck mal, das ist normale Mathematik. Ich weiß nicht, wie das geht. Mach nicht diese. Warum du machst diese, Nikolai? Boah, war das Kevin? Dann hat Gott ganz allein seine Vorhaut geklaut. Denn, äh, Arkad sind Bäume, das sind also ganz normale Bäume, oder wie? Nein, du Behinderung. Ach, diese, diese vierfachbäume, die du meinst, ne? Das ist ein Awkward. Ja, genau, die will ich. Dark Awkward, Mann. Ja, sag das doch. Aber mach den Wald nicht zu sehr kaputt, der ist schön. Du kannst ihn wieder aufforsten. Du kannst ihn nicht kaputt, weil Kunga da kommt, Alter. Hat einer von euch Timber-Mod-Verzauberung? Die gibt's gar nicht, Mann. Kunga, der mich fragt, ob du in Teamstick gehst. Mit ihm. Warum? Weiß ich nicht. Der will mit dir irgendwie zusammen ein bisschen kuscheln. Ja, okay. Was ist das? Was ist das? Sowas Grünes? Nein. Warum? Was macht das? Ich glaub, der hat einen eigenen, also einen neuen gemacht. Nochmal. Was macht das? Nix. Speichung. Glaub mir. Ich tu nix. Nur nachts werden die Böse. Mh. Warum bin ich auch... Ach, Mann. Sag's noch... Nicht nochmal, ne? Halt dein Maul. Halt du dein Maul. Naul. Halt einfach deine scheiß Fresse, Mann. Scheiß Fresse. Noch einmal sag ich das und dann ist Schluss. Mann. Oh, das find ich so negative Schwimmungen. Voll die positive Vibes. Wangungen. Haha, sperma. Hat aber recht, Patrick. Halt zu Mord, Alter. Mann! Ich, ich, das ganze heute werde ich für mein, für mein Gebäude verwehrt, nicht für dich. Ja, Patrick, ich stream heute Abend, ne? Achso, okay. Würdest du mitmachen? Okay, das alles kriegst du. Lass mal so'n, äh... Ja, find ich kann sein. Wo streamst du denn? Auf Hitbox? Nee, auf Pitchbox. Gass den TV. Ja, guck mal. Wie ich Sander weiter verarsch. Du strenzt ihn richtig gerade, Alter. Du strenzt ihn richtig gerade, Alter. Aber richtig, Alter. Ist das gerade so leise, oder? Nö, 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 nö. Johannesbeerensaft. Ja. Lecker. Geil. Wer hat nochmal immer von Grapefruit-Saf... Na, egal. Ich. Eve? Ja. Eher mehr, oder eher weniger? Immer mehr. Ja. Jetzt fragt ihr im Stream, ob jemand Wire Shark kennt. Wie heißt denn diese Pornodarsteller vorhin? Madison Ivy. Ich kenn nur Madison Ivy. Ich kenn die sogar sehr gut. Da denkt ihr auch fast nachher so ein TeamSpeak-Programm oder so. Sag, schreib mal Zander, er soll sich die Madison Ivy runterladen, Nico. Ja, Mann. Mach. Das ist ne Mod. Wire Shark ist ein Programm, ohne ein Netzwerk zu sniffen und Datenpakete abzufangen. Das ist Wire Shark. Kennst du Wire Shark? Wenn ich jetzt sterbe, weil dieser Blob zu böse ist, ne? Danke. Hallo. Boah, Alter. Wie geil sieht das Teil bitte aus. Lalala, Champs-Elysees. Croissant-Baguette. Marmelaus. Hallo. Hab ich jetzt mal genug Leute für Ultratalent? Wie süß sind denn die Teile bitte? Du hast doch so Twitter geschrieben. Ja, aber es kommt nicht genug, man ist auch. Hä, wieso ist das denn? Normalerweise geht das doch voll schnell. Würde ich jetzt behaupten. So Leute, ich geh mal zu Michael, ja? Oh ja. Haut rein. Okay. Yo, tschau. Fakulein. Ähm. Wir haben mal ne Frage, nimmt jemand gerade auf. Ja. Ist ehrlich, nimmt jemand auf. Ja. Mann. Warum? Jetzt ehrlich? Jaaa. Okay, gut, 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 gut. Wollte eigentlich. Ja, schon. Du, 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 du. Hey, Petra, wie findest du das Design bisher von dem Haus von vorne? Warte, Bruder, ich muss erst mal gucken, ich sammle noch ein bisschen raus, ich komme gleich. Ja, ich glaub, ich glaub, wie ich das nenne, sieht halt aus wie so, der Eingang wie so ein griechischer Tempel. Das Löwenzahnanfang gewesen, ne? Ja. Dum, 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 dum. Es gibt so ne richtig lustige Story, lagi und so lustig. Story! Soll ich dir mal erzählen? Ja Dann war ich so 16 Dann waren wir so mit Freunden und so auf so einer kleinen Mini Ja, wir haben so eine chillige Runde gemacht, haben ein bisschen Milch getrunken und so Und dann irgendwann sind alle weggegangen, dann hab ich da gepennt, da waren nur so ein Trusse und zwei Kollegen Und dann irgendwie hat jemand erzählt, dass Peter Lustig gestorben sei, ich weiß ja nicht mal ob das stimmt What? Ich hab das erzählt und ich hab angefangen zu weinen, weil sie besoffen war Das ist eine Legende, der darf nicht sterben Ich hab angefangen zu heulen wie so ein Bastard Das ist mir grad mal eingefallen Du hast gar nicht bei Peter Lustig eigentlich Ich find das vielleicht schon traurig Du bist so ein Opfer Hä, wieso, der ist voll heftig, der ist voll der Motherfucker So ein bisschen wie Matti Der hat was der erreicht hat, Alter Jungen, die Folgen von dem waren einfach heftig Ja, das Haus sieht geil, da fehlen mir noch ein bisschen Holz Find's echt nice Ja, Mann, nimm das Holz So, jetzt hab ich keinen Bock mehr zu fahren Müsst du erst mal erreichen Gib mal Cleanstone Ja, halt Smaller Hier, kannst du Kobbel haben, hier, ich mach deinen Boden, ich cluster den Ach, geht einfach weg Es ist E1LP 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 E2LP E1 miscon Das hört sich an wie so ein Tourette-Syndrom manchmal. Gewixt! Das ist nicht lustig. Doch. Nein. Kennst du die mit Tourette? Nein. Ja, also. Ich finde auch lustig, dass Leute... Ne, das soll ich lieber nicht sagen. So. Ah, gewixt! Wie viele... Gerückt euch mal, die Schwuchtel. Ich kann ja nicht gemeint sein. Kevin? Ja? Möchtest du mal in den Hauseingang gucken? Ich bin voll weit unter der Erde. Halt's Maul. Ein paar Diamanten nur erstmal holen wieder. Wann? Grief LP, hör mal auf. Grief LP? Okay. Alles klar. Deswegen bisher hier in dem Projekt, um Griefing-Videos die ganze Zeit zu machen, bestimmt. Ja, und Beefing-Videos. Und Beefy-Videos. Product Placement, lol. Schon gern Product Placement von Beefy. Ganz ehrlich, wir waren ja auf so einer Veranstaltung und da ging es dann darum, so Firmen, die tendenziell mit YouTuber zusammenarbeiten wollen, so miteinander zusammenzuführen. Und da war einfach so eine Firma, die hat Dildos hergestellt. Die hat uns ernsthaft gefragt, so, yo, wollt ihr ein Review über Dildos machen? Ich so. So ein nicer Buttplug. Ja. Wenn ich den so, so einer geilen alten hinten reinstecken darf, ja. Wenn sie die auch spawnern? Aber die haben gesagt, nee. Ähm, ich verstehe auch nicht, wie die sich das vorstellen. Weil sowas kann man nicht auf YouTube zeigen. Ich verstehe nicht, warum Katja Krasavich keine Dildo Reviews oder Product Placement macht. Locker hat die das, Alter. Locker. Die würde einfach... Die hat Rafflings, Alter, für Dildos. Die meisten ihrer Zuschauer wissen noch gar nicht mehr aus dem Dildo ist, ey. Wie viel findest du Katja Krasavich? Kenn ich nicht. Echt nicht? Nein. Das ist die YouTube-Frau. Wer? Das ist die Traumfrau von Patrick. Auf jeden Fall. Nachher mal gucken. Wie heißt sie? Katja Krasavich. Ich glaube, mittlerweile reicht auch, wenn man Katja eingibt. Katja Krasavich? Ja. Ja. Kevin ist schon im Browser. Katja Krasavich, Kevin. Krasavich. Krasavich. Also ihre Videos sind voll mit guten Lehren. Themen. Macht ihr so guten Content wie Doggy Bee? Ja, besser. Doggy Bee war richtig nice. Hast du gesehen, Yves? Hä, Doggy Bee? Ja. Sehr geil. Hast du dazu masturbiert? Klar. Zehnmal. Die Frauen mal wieder. Hallo. Lässt du nicht entgehen. Der war doch geil. Ich fand das so lustig, wie der Typ einfach so hemmungslos so richtig so ein Liter Sperma auf dem Face geballert hatte. Das fand ich zum Beispiel nicht so schön. Liebe Kinder, jetzt haltet ihr euch bitte an dieser Stelle die Ohren zu, wenn ihr sie nicht sowieso schon die ganze Zeit zuhaltet. Das muss aber, das fand ich so geil, dass sie einfach so diese Belohnung bekommen hat am Ende. Weißt du wahrscheinlich nicht? Belohnung, sagt der. Dieser Patrick Moment ist nur Belohnung. Man sagt, das Geschenk. Ne? Ja, Belohnung, Geschenk ist ja weiter irgendwie das Gleiche, ne? Also, bist du tendenziell auch der Meinung, dass sich die Frauen am Ende das verdient hat, Yves? Ja, hallo. Natürlich. Das wäre ich auch enttäuscht. Da würde ich aber auch echt sauer sein. Da würde ich aber schon sagen, hallo, kommt da noch was? Ich will mein Geld zurück. Würde ich sagen. Definitiv. Das muss auf jeden Fall. Ja. Da kenn ich nichts. Kein Erbarmen. Da kenn ich Wix. Da kenn ich Wix. So. Mal gucken, wer denn so alles livestreamt gerade. Dustin TV! Geht mal. Kann ich mal Eisen finden? Wäre das mal ne Option oder irgendwie nicht so? Nein! Sag ja, bitte. Doch! Bitte einmal ja! Wie kann ein Mensch so krasse Häuser bauen? Wem meinst du das gerade? Spack! Keine Live-Kanäle! Alles klar! Interessant, dass ich so viele Folge und keine Live ist. Das packt wieder Twitch rum. Alter, wenn ich dem Tunnel folge. Da komm ich bestimmt bei Kevin raus. Holg doch Zander, wie du weißt dann? Ich will das mit einer Zeit. Komisch. Komisch, komisch. Sehr seltsam, die ganze Eingebenheit. Boah, ey! Eisen! Nein, Eve. Erste Eisen. Nein. Jetzt bin ich natürlich den Weg nicht mehr nach Hause. Wiederholen, Sam! Unter anderem. Ach, Mann, Alter! Welcher Idiot hat mein Bett abgebaut? Äh, ich nicht. Ich mach's wirklich diesmal nicht, ne? Boah, wirst du das vorher nicht umbauen? Ja, hab ich ja. Ich wär's so gern gewesen. Ja, Rewe. Karma. Ey, jetzt ist alles, was ich gebaut hab, zerstört. Boah, ich hab keinen Bock mehr auf das Scheißprojekt. Ey, jetzt ist... Hä, ist sogar nicht zerstört, du Bastard. Natürlich, das ist doch mega das Loch davor, du Affe. Soll ich das füllen? Weit was? Wir hätten einen Bullen. Helf mir mal lieber, dass ich ankomme, Alter. Hm. Ich sag mal erstmal die Sachen von Creeper, die wegspringt, würde ich sagen. Nein, der Rest bleibt dran. Ähm, von wo kommt... Oh Gott, da reden wir nur Viecher. Wieso baust du... Destelett back drum. Wieso baust du auch nachts, Bruder? Sag... Ist doch gefährlich. Pass auf, Bro. Nachts muss man zuhause bleiben. Ach so, da... Finde den Fehler. Ja, ich geb dir ein paar Sachen. Nimm. Nimm. Ja. Ähm, ich geh mal... Sorry, ich hab dir gehört. Nein, was... Wo spawnen diese... Patrick, willst du mich verarschen? Halt doch, dein Maul. Ich beschütz dich doch. Ich verarschen. Ich krieg dir gleich. Digga, meine ganzen Kartoffeln, Patrick. Ich muss schnell was essen. Naja, warte. Nimm, 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 nimm. Boah, Kevin hat schon wieder Diamanten. Ja, chill, ich war gerade in Druck gegen ein Zombie. Äh, ja, die Held hat mir gehört. Ähm, komm ich denn hier? Äh, ist doch... Ja, auch überlegen. Ey, du hast auf jeden Fall noch Schwert und sowas. Und meine Rüstungsteile noch. Äh, Schwert hab ich dir getroffen, komm mal richtig. Aber Eisenpicklecks, hast du die? Äh... Ne, das ist meine, aber kannst du haben. Die verzaubert noch ein bisschen. Nice. Hast du genug Ehren, um das Loch zu füllen? Ja, normal. Ist daran so lustig? Nix. Loch füllen gesagt. Ich hab grad meinen infantilen Moment, Entschuldigung. Alles klar. Da ist jemand untervögelt. Ja, Leute, meldet euch in den Kommentaren bei ihm, ne? Ah, er hat so recht. Ach, schön. Hier, Matarini, für die Hälfte. Bitch. Block of Quarz, gehört auch dir. Nein! Scheiße. Mein Name! Ich bin mal. Ich bin noch. Wenn wir das nicht herstellen, wir sehen uns bei diesem Video sehen, Ich bin noch einmal in der Form. Ich bin noch einmal in der Form. Und wenn wir sehen uns mit der Form. Ich bin noch ein wichtiges Einstich. Ich bin noch mal dabei. Untertitelung des ZDF, 2020